Elektroschock in Deutschland. In diesem Video geht es um die beliebtesten Elektroautos der Deutschen. Wir zeigen, welche Autos am häufigsten zugelassen wurden, welche Hersteller insgesamt die meisten Autos zulassen und wie sich die Marktanteile in den letzten drei Jahren verändert haben. Welche Modelle werden am meisten von Privatpersonen gekauft? Und was machen unsere Nachbarn in Europa beim Autokauf anders als wir? Außerdem geben wir einen Ausblick, wie es 2021 mit den Neuzulassungen in Deutschland weitergeht und wagen eine Prognose. Für potenzielle Käufer sind die Informationen hochrelevant, denn der Markt für E-Autos wird stark von den Herstellern gesteuert. Für Kunden heißt das, entweder man zahlt den Listenpreis oder es gibt durch die Hintertür satte Rabatte und künstlich niedrige Leasingraten. Los geht's! Schicksalsjahr 2020. Warum Verbrenner sterben und E-Autos mit Rabatten und CO2-Push durchstarten müssen. So lautete vor einem Jahr der Titel unseres Prognosevideos für 2020 und wir hören mal rein, welches Elektroautowachstum wir für das Jahr angenommen hatten. Und wir gehen davon aus, dass die Ziele unbedingt eingehalten werden sollen. Um Strafzahlungen zu vermeiden, müsste ca. jedes zehnte Auto in Deutschland 2020 einen Stecker haben, also vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid. Wir gehen davon aus, dass es vor allem im zweiten Halbjahr ein wahres Neuzulassungsfeuerwerk geben wird und rechnen mit einem sprunghaft ansteigenden Wachstum von elektrifizierten Fahrzeugen, wie es die Hersteller so schön sagen. Wachstumszahlen von 200-300% halten wir für absolut denkbar. Fraglich ist dabei nur, ob die Hersteller tatsächlich in der Lage sind, die Schleusen zu öffnen und in 2020 genug Fahrzeuge auszuliefern. Andernfalls drohen halt Strafzahlungen. Und genau das ist eingetreten. Zulassungsfeuerwerk im zweiten Halbjahr und über 200% Wachstum für vollelektrische Autos. Trotz weltweiter Pandemie wurde 2020 das Jahr mit dem Durchbruch für die Elektromobilität in Deutschland und vielen europäischen Ländern. Während in Deutschland der Gesamtmarkt um 20% einbrach, legten Elektroautos um 207% zu und haben sich also verdreifacht. 194.000 neue Elektroautos wurden zugelassen und damit 130.000 mehr als im Vorjahr. Die Gründe liegen auf der Hand. Verdopplung des Umweltbonus. Aktuell gibt es bis zu 9.500 Euro geschenkt und die Erhöhung der Prämie wurde bis 2025 verlängert. Der aktuelle Fördertopf wird sicher bereits 2021 aufgestockt werden müssen. Dienstwagennutzer profitieren von einer auf ein Viertel reduzierten Besteuerung des Geldwertenvorteils bei E-Autos bis 60.000 Euro Listenpreis. Wohlgemerkt inklusive Zusatzausstattung und Vorabzug von Rabatten. Die Modellvielfalt hat stark zugenommen und es fühlen sich mehr Menschen angesprochen. Auch bei mir melden sich viele alte Bekannte und Freunde mit Fragen, weil jetzt das E-Auto auf einmal spannend ist. Wir bei Nextmove vermieten diese Autos, um euch den risikolosen und unverbindlichen Einstieg zu ermöglichen. Passt das E-Auto zu meinen Ansprüchen? Macht es Spaß und klappt das mit dem Laden? Probiert es gerne selbst mal aus mit einem von knapp 400 E-Autos an 12 Standorten in ganz Deutschland. Dank CO2-Flottenzielen in der EU sind die Hersteller dazu verdammt, nun endlich auch E-Autos zu verkaufen, um Strafen in Milliardenhöhe zu vermeiden. Wenn du diesen Zusammenhang genau verstehen möchtest, empfehle ich dir das bereits erwähnte Video, das wir auch oben rechts und in der Textbox unterm Video für dich verlinken. Beim Blick auf die Wachstumsraten der letzten drei Jahre wird klar, das war eine Exponentialfunktion. Aber wird das auch so weitergehen? Dazu gleich mehr. 2018 machten reine E-Autos noch 1% der Neuverkäufe aus, 2019 2% und man sieht schön, wie der Anteil über den Jahresverlauf steigt. Im Jahresdurchschnitt 2020 kommen E-Autos auf 7% Marktanteil. Nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern auch im Jahr 2020 kann man eine stark ansteigende Kurve nach einer Delle im Frühjahr gut erkennen. Im Dezember hatten Elektroautos einen Anteil von sage und schreibe 14% an allen Neuzulassungen. Im Jahresvergleich sieht man, dass die Entwicklung bei den reinen E-Autos und Hybriden zu Lasten des Benziners und des Diesels geht. Wasserstoff steht im Übrigen gerundet bei ca. 0%. Auch beim kumulierten Elektroautofahrzeugbestand gibt es etwas zu feiern. Durch das starke Wachstum sind nun 1,2% aller in Deutschland im Betrieb befindlichen Autos reine E-Autos. 2019 waren das noch 0,5%. Das mag wenig klingen, aber genau so löst eine neue Technologie die bisherige ab. Wir zeigen euch an dieser Stelle kurz die Einzelzulassungen im Dezember. Die Detailanalyse zu den wichtigsten Modellen hatten wir bereits in unseren News auf YouTube besprochen. Den Link zu Deutschlands führender E-Mobility Nachrichtensendung findest du oben rechts. Als zugleich Deutschlands führende Elektroautovermietung schauen wir natürlich ganz genau hin, für welche Autos sich die Deutschen am meisten interessieren. Wenn dich unsere Meinung zu aktuellen und kommenden E-Autos interessiert, dann abonniere unseren Kanal. Wir testen diese Autos nicht nur für euch hier auf YouTube, sondern natürlich auch für unsere eigene Flotte. Denn wir treffen fortlaufend Entscheidungen, welche Autos wir als nächstes in die Flotte aufnehmen und in welchem Umfang und welche nicht. Daher geht es in diesem Video um die Gesamtbilanz 2020 und die Frage nach den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. Wie auch schon 2019 ist 2020 der Renault Zoe das beliebteste Elektroauto der Deutschen. Über 30.000 Mal wurde dieses Auto an Kunden übergeben. Das Auto ist schon seit 2012 im Markt und mittlerweile in der vierten Generation. Da weiß man, im Gegensatz zu vielen neuen Modellen, was man bekommt. Das Auto wurde innen und außen deutlich aufgewertet. Wir haben unsere Vermietung übrigens vor fünf Jahren mit Renault Zoe und Tesla Model S gestartet. Renault lockte 2020 und auch aktuell mit sehr attraktiven Leasingkonditionen. Jeder sechste E-Auto-Käufer hat sich für die Zoe entschieden. Oder den. Platz 2 hätten dem Auslaufmodell VW e-Golf vor einem Jahr nicht viele zugetraut. Im Dezember lief der letzte vom Band. Ausgereift, solide, sehr leise. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war durch den Räumungsverkauf sehr attraktiv. Wer den erhöhten Umweltbonus noch mitnehmen konnte, bezahlte nur ca. 23.000 Euro für die Basisvariante. Nur Langstrecke kann er nicht so gut. Tesla Model 3 wie schon 2019 auf Platz 3. Die relativ geringe Stückzahl hat uns und vermutlich auch viele von euch wirklich überrascht. Wir hatten Anfang des Jahres ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Renault Zoe, Tesla Model 3 und ID.3 erwartet und den Golf auf Platz 4 gesehen. Im Dezember gab es zwar ein neues Monatshoch für das Tesla Model 3 in Deutschland. Trotzdem gibt es eine Handvoll Gründe, warum 3.300 Autos eigentlich zu wenig sind. 3.000 Euro Rabatt auf das Basismodell, auslaufende Mehrwertsteuersenkung, Marktstart des deutlich verbesserten Facelift-Allrad-Modells, der Dänemark-Effekt, viele Gebrauchte gingen aus Deutschland nach Norden und die Kunden haben aufs Facelift gewechselt und natürlich die traditionelle Tesla-Jahresend-Relais. In anderen europäischen Ländern konnte Tesla überzeugende Absatzrekorde einfahren. Wir glauben, dass viele potenzielle Tesla-Käufer auf das Model Y Made in Germany warten. Platz 4, VW ID.3. Aufgrund von Softwareproblemen verzögerte sich der Marktstart von Sommer auf Spätsommer im September einen Monat früher und der ID.3 wäre auf Platz 2 gelandet. Die Softwareprobleme der First Mover sind noch nicht vollends behoben und wir haben das in mehreren Videos hier kritisch auf dem Kanal betrachtet. Der Hyundai Kona hat sich extrem gut verkauft, großer Akku und niedriger Verbrauch machen den Kona zu einem sehr gefragten E-Auto, wobei auch hier günstige Leasing-Angebote die Basis des Erfolgs waren. Bei den Kleinwagen boten die Drillinge von VW ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. 260 Kilometer Reichweite für ca. 12.000 Euro Nachförderung führte dazu, dass VW e-Ups, Goda Citygo und der Seat Mi binnen weniger Wochen bis ins Jahr 2021 hinein ausverkauft waren und sogar komplett aus dem Angebot genommen wurden. Wenn man als Hersteller derart ausverkauft ist, dann hat man wohl beim Preis zu tief gestapelt. Der Smart 4 II bleibt als Stadtauto dank attraktiver Leasing-Angebote beliebt. Gemeinsam mit dem 4 IV hätten die Stückzahlen für Platz 3 gereicht. Dazu gehört aber auch, dass die VW-Drillings-Modelle mit doppelter Reichweite zum gleichen Preis nicht mehr bestellbar sind und viele Kunden auf den Smart ausgewichen sind. Für den BMW i3 gilt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das Auto ist in die Jahre gekommen und verkaufte sich im explodierenden Markt sogar schlechter als im Vorjahr. 2019 noch auf Platz 2 erlebte der i3 2020 einen echten Absturz auf Platz 8 und das trotz verbesserten Konditionen im Leasing. Der i3 musste aber auch potenzielle Käufer an den Mini abtreten, der dieses Jahr in den Markt gestartet ist. Audi e-tron ist das teuerste Auto in den Top 10, im Vorjahr noch Platz 6, jetzt auf Platz 9. Der Opel Corsa E hat sich über das Jahr kontinuierlich gesteigert und konnte sich einen Platz in den Top 10 sichern. Das Stuttgarter Lokalderby konnte Porsche knapp für sich entscheiden, 48 mehr Taycan als Mercedes EQC. Vermutlich zum letzten Mal, denn Daimler startet in diesem Jahr die Modelloffensive mit dem EQA, EQB, EQE und EQS. Wir zeigen euch nahezu jede Woche freitags verschiedene Testfahrzeuge in freier Wildbahn in unserer R-König-Show. Für Dezember hatten wir den VW ID.4 auf ca. 5000 Modelle für Deutschland und die Niederlande angekündigt und genau so ist es gekommen. Mit 2400 in nur einem Monat hat es der ID.4 aus dem Stand auf Platz 20 der Zulassungszahlen geschafft und dabei zahlreiche andere Newcomer überholt, die schon früher gestartet waren. Aber kein einziger dieser ID.4 ist bei einem Privatkunden gelandet, dazu gleich noch die ganze Wahrheit. Der Polestar 2 war als Model 3 Wettbewerber gestartet, nahezu jeder YouTube-Kanal, hat ein Fahrvideo zum Auto gemacht und diesen Vergleich bemüht. Aber Polestar kämpft bis heute mit Startschwierigkeiten und konnte nur etwas mehr als 1000 Fahrzeuge ausliefern. Tesla Model S, 66% weniger Zulassung als im Vorjahr, Model X minus 50%. Bei beiden Autos warten potenzielle Käufer schon länger auf die neuen Generationen. Eine Frage, die uns immer wieder in den Kommentaren erreicht. Welchen Anteil haben Hersteller- und Händlerzulassungen? Den genauen Anteil können wir euch nicht sagen, aber zumindest den Anteil der gewerblichen Zulassungen. Der deutsche Neuwagenmarkt ist traditionell ein Firmenleasingmarkt. Zwei Drittel aller Neuwagen werden auf Unternehmen oder Leasinggesellschaften zugelassen. Bei Elektro funktioniert das Spiel etwas anders, denn das Gesetz zum Umweltbonus sagt, dass eine Zulassung von Kundenfahrzeugen auf Leasinggesellschaften nicht förderfähig ist. Der Leasingkunde muss das Auto also auf sich zulassen, um Anspruch auf Förderung zu haben. Insofern haben wir relativ belastbare und spannende Zahlen für euch. Wir zeigen euch hier die wichtigsten E-Autos und den Anteil der gewerblichen Zulassungen. Die mit Sternen gekennzeichneten Modelle gibt es auch als Hybrid oder Verbrenner, die Prozentangabe ist also kumuliert. Zwei von drei Tesla Model 3 werden auf Privatpersonen zugelassen. Beim BMW i3 ist es ca. die Hälfte. Volkswagen, Audi und Mercedes sind sehr stark im Firmenkundengeschäft und der Anteil liegt über dem deutschen Marktdurchschnitt. Beim VW i3 werden zwei von drei gewerblich zugelassen, was allerdings nur dem Durchschnitt im Gesamtmarkt entspricht. Beim VW i4 sind es 100%, vermutlich die komplette Händlererstausstattung vom Dezember und erste VW-Dienstwagen. Erste Kundenfahrzeuge, also auch für unsere Flotte, erwarten wir erst im Februar. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Marktanteile der Hersteller und die Entwicklung der letzten drei Jahre. Man sieht, dass bei VW den großen Worten auch große Taten folgen. Zählt man e-Golf, i3, i4 und e-Up zusammen, so ergibt das einen Marktanteil von 24%. Jedes vierte E-Auto ist ein Volkswagen. Zählt man alle Konzernmarken dazu, kommt VW sogar auf 33%, also jedes dritte E-Auto. Renault auf Platz 2 mit 16%, Tesla Platz 3 mit 9%. 2019 war Tesla mit 17% noch Marktführer, dank der Einführung des Model 3. Tesla hat natürlich auch in Deutschland eine besondere Bedeutung für die Beschleunigung des Wandels hin zur Elektromobilität. Die Vielfalt an immer attraktiveren Modellen der Wettbewerber ist zu einem großen Teil auf Tesla zurückzuführen. Aber der Marktreiber für das Wachstum in Deutschland war 2020 nicht Tesla. Während der Markt sich verdreifachte, konnte Tesla nur um 56% zulegen. 2021 will Tesla mit dem Model Y wieder Vollstrom geben. Der Marktanteil wird stark vom erfolgreichen Hochlauf der Gigafactory in Grünheide abhängen. Wir haben es schon mehrfach gesagt, wir halten es für denkbar, dass Tesla bereits vor der Fertigstellung der Gigafactory 4 das Model Y aus China in Europa ausliefern wird, um nicht weiter Marktanteile abzugeben. Was machen unsere Nachbarn? Wir zeigen euch ausgewählte europäische Märkte, in denen die 2020er Zulassungszahlen bereits vorliegen. Deutschland ist der größte Einzelmarkt für Elektroautos in Europa und liegt noch deutlich vor Großbritannien und Frankreich. Alle drei Länder liegen aber bei rund 7% reinen Elektroautos in den Neuzulassungen. Aufgrund der Größe des Landes wird Deutschland die Spitzenposition so schnell nicht wieder abgeben. 2019 hatte Deutschland Norwegen überholt, zumindest in absoluten Zahlen, mit damals 63.000 Neuzulassungen. Aber Deutschland hat natürlich auch 15 Mal mehr Einwohner und unsere 7% Elektromarktanteil wirken etwas mickrig gegenüber Norwegen. 77.000 neue E-Autos reichen in Norwegen für einen Marktanteil von 54% aller Neuwagen. Reine Benziner und Diesel sterben dort geradeaus. Norwegen ist also auf einem sehr guten Weg, das Verbrennerverbot für Neuzulassungen in 2025 ohne Probleme zu erreichen. So wie auch im Rest von Europa spielt auch im Leitmarkt für alternative Antriebe Wasserstoff keine Rolle. Und das in einem Land, das dank Wasserkraft grüne Stromüberschüsse in unbegrenzter Höhe hat. Der Audi e-tron ist das beliebteste Elektroauto der Norweger. Model 3 und ID.3 fasst gleich auf. Nissan Leaf immer noch erstaunlich stark. Die Niederlande sind das Land mit dem zweithöchsten Anteil an Elektroautos, nämlich 21% in 2020. Im Dezember lag der Anteil übrigens aufgrund von steuerlichen Effekten bei sagenhaften 70%. Meist zugelassenes Auto VW ID.3 vor Tesla Model 3 vor Hyundai Kona. Polestar 2 deutlich mehr Auslieferung als in Deutschland. Und ebenso wie in Deutschland rund 2400 ID.4, dort aber vereinzelt auch schon für private Kunden. Werfen wir noch einen Blick auf die Schweiz. Mit 8% E-Autoanteil liegt das Land noch knapp vor Deutschland. Im Dezember waren es dort 16%. Klarer Marktführer ist Tesla. Jedes vierte E-Auto war in 2020 ein Tesla Model 3. Deutlich vor Zoe und Hyundai Kona. Unter allen in der Schweiz verkauften Autos ist das Model 3 sogar auf Platz 2 hinter dem Skoda Octavia. Zum Vergleich, in Deutschland liegt das meistverkaufte Elektroauto Zoe gerade mal auf Platz 24. Ihr seht also, 2020 war ein extrem erfolgreiches Jahr für die Elektromobilität. Nicht nur in Deutschland, sondern in zahlreichen europäischen Ländern und auch außerhalb Europas. Besonders spannend ist natürlich die Frage, wie es 2021 weitergeht. Es kommen sehr viele neue Modelle auf den Markt, die noch mehr Käufer ansprechen werden. Markentreue ist in Deutschland ein hohes Gut und viele Kunden warten auf mehr elektrische Modelle von ihrer Marke. Mercedes, BMW und Ford greifen endlich so richtig ins Geschehen ein. Aus dem VW-Konzern kommen zahlreiche Modelle auf der neuen MEB-Plattform. Also konkret Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq, Seat Elborn und die ersten Allradvarianten. Und natürlich das Tesla Model Y aus deutscher Produktion. Der Ioniq 5 von Hyundai wird extrem spannend mit vielen Innovationen. Wir glauben, dass sich die Zulassungszahlen für E-Autos nach einer kurzen Konsolidierungsphase im ersten Quartal dann weiter dynamisch entwickeln werden. Und wir gehen davon aus, dass die Diesel- und Benzinerverkäufe in Deutschland nie wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Wie in nahezu allen Branchen wirkte die Pandemie hier als Katalysator und beschleunigt den längst überfälligen Strukturwandel. Plug-in-Hybride und Elektroautos werden weiter Marktanteile hinzugewinnen. Für reine Elektroautos gehen wir davon aus, dass eine Verdopplung des Marktes auf rund 400.000 Fahrzeuge absolut realistisch erscheint. Je nachdem, wie sich die Verkäufe der anderen Antriebsarten entwickeln, sehen wir 2021 einen Marktanteil von 12-15% für E-Autos. Limitierende Faktoren sind die Fertigungskapazitäten der Hersteller und natürlich die individuellen CO2-Ziele. Keiner der traditionellen Hersteller wird mehr E-Autos ausliefern als zur Erfüllung der CO2-Ziele unbedingt nötig. Wo der Druck am größten ist, bekommt der Kunde die besten Preise. Ein weiterer limitierender Faktor ist die öffentliche Ladeinfrastruktur. Die muss nun deutlich mit der Anzahl der E-Autos Schritt halten, sonst werden vorrangig nur Haushalte mit eigenem Stellplatz mit Stromanschluss zum E-Auto greifen können. Und öffentlich geladener Fahrstrom muss natürlich vor allem auf der Landstrecke bezahlbar bleiben. Wir wollen gerne von euch wissen, wie eure Prognose lautet. Welchen Marktanteil werden reine Elektroautos 2021 in Deutschland erreichen? Weniger als 9%? 9-12%? 12-15%? 15-18%? Oder über 18%? In der Beschreibungsbox findet ihr den Link zur Umfrage. Wenn du das Video bis hierhin gesehen hast, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben oder teile es mit Freunden auf Social Media. Auch die Grafiken hier aus dem Video gibt es alle auf unserer Homepage zum Download. Den Link gibt es unten in der Box. Wir sehen uns wieder am Freitag, 18 Uhr in unseren Next News. Wir sehen uns wieder am Freitag, 18 Uhr in unseren Next News.